Katalog Nummer 20 Nachtregentin Ein Fuchsstutfohlen vom 12. Mai vom Nachtregent Barolo und Waterloo. Wie der Name bereits verrät, ist Nachtregentin eine Tochter des Nachtregent. Dieser Hafflinger Hengst zeichnet sich durch sein ausdrucksstarkes Exterieur die überdurchschnittliche Bewegungsqualität und seine große Charakterstärke aus. Bei der FN Bundesschau für Hafflinger und Edelblut Hafflinger 2019 in München Riem erhielt er die Traumnote 9,0 im Sportwettbewerb Springen und eine 8,2 im Schauwettbewerb. Er wurde somit Bundessieger und erhielt die Bundesprämie. Nachtregentin ist das zweite Fohlen aus der Verbandsprämienstute Blümchen vom Barolo. Neben der Verbandsprämienstute Blümchen brachte Verbandsprämienstute Vajona vom Waterloo auch die Staatsprämienstute Baccara vom Baumeister zur Welt, diese weil Teilnehmerin auf der Elite-Schau 2012 in Münster-Handorf. Aus dem weiteren Mutterstamm gehen die gekörten Söhne Albano vom Les Artists, Amoroso vom Amsterdam und Askete vom Arlberg hervor. FN Blümchen FN Blünchen FN Blümchen